Ja, wir haben hier noch einen Schnellauftrag. Das Fahrzeug ist ein Arbeitsfahrzeug. Wurde schon lang nichts mehr drin gemacht. Jetzt sollen wir ein bisschen für eine schmale Mark ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich zeige euch mal das Fahrzeug von der anderen Seite mit den Sitzflecken. So sieht die andere Seite aus. Budget ist reglementiert. Darf nicht so viel kosten. Dann möchte sich der Kunde das Endergebnis anschauen. Ich habe gesagt, bei dem Wunschpreis guckst du aber jetzt nicht in die letzte Ecke. Mal gucken, was wir hier zaubern können. Ja, Zwischenschritt während der Arbeit hier. Füßt euch das mal an. Das ist da drin. Wahnsinn. Ja, und dann noch auch unter der Ablage. Ja, schaut euch mal sämtliche Einlagen hier an. Die sind auch total abgesifft. Ja, okay. So, nach der Reinigung. Unser Budget erlaubt jetzt nicht mehr. So, das reicht hier völlig aus. Ja, hier sind wir schon ein paar Mal drüber gegangen. Das passt hier soweit. Ja, ein paar Kleinigkeiten dürfen da drin bleiben. Ist auch irgendwo dem Budget geschuldet. Das Fahrzeug wird weiter Geld verdienen. Die Verkleidung. Auch hier passt das soweit. Solche Kleinigkeiten, die interessieren nicht mehr. Insgesamt, wenn man die Tür aufmacht, ist das schon okay. Bei dem Budget ist das eine Top-Sache. Was meint ihr dazu? Bin mal gespannt. Ich bin den microphones. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.